Drei Tage nach der brutalen Attacke auf ihn im Kurpark von Bad Oeynhausen ist der 20-Jährige gestorben. Er hatte bei dem Angriff schwere Hirnverletzungen erlitten, denen er schließlich erlegen ist. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Beamten ermitteln nun wegen Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Vorausgegangen war ein Streit im Kurpark. In dessen Folge gingen bis zu zehn junge Männer auf zwei Freunde im Alter von 19 und 20 Jahren los. Einer von beiden starb nun an den Folgen. In der Nacht auf Sonntag, den 23. Juni, kam es in Bad Oeynhausen im Kurpark zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 19-Jähriger aus Porta Westphalica eine Leichtsverletzung erlitt und ein 20-Jähriger mindennah lebensgefährlich verletzt wurde. Wobei unsere Ermittler heute Morgen die Nachricht aus dem Krankenhaus erhalten haben, dass der 20-Jährige verstorben ist. Eine Personengruppe von etwa zehn jungen Männern geriet in Streit mit den zwei Personen aus Porta Westphalica und Minden. Im Zuge dessen attackierte die Gruppe die zwei jungen Männer. Sie schlugen sie und traten auch sie ein. Ein Täter soll dabei besonders hervorgestochen sein. Er zerrte den 20-jährigen Mindener zur Seite und wirkte dort weiter auf ihn ein. Der Mindener erlitt schwere Kopfverletzungen. Bereits in der Nacht war klar, dass diese Verletzungen lebensgefährlich sind. Und mittlerweile ist der 20-Jährige auch verstorben. Bei der Personengruppe soll es sich um zehn junge Männer gehandelt haben, die etwa 19 bis 20 Jahre alt waren. Sie sollen alle ein südländisches Aussehen gehabt haben. Teilweise waren sie mit Trainingsanzügen der Marke Adidas bekleidet. Der Haupttäter, der den 20-Jährigen noch weitere Verletzungen zugefügt hatte, der wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt, circa 1,76 Meter groß. Er soll ein Kinnbart bzw. Oberlippenbart gehabt haben und ebenfalls ein südländisches Aussehen. Außerdem kann man sagen, dass wir schon jetzt einige Erkenntnisse über die Täter erlangt haben. Und wir sind auch guter Dinge, dass weitere hinzukommen werden, weitere Zeugenhinweise. Daher an dieser Stelle auch der dringende Appell an die Tatverdächtigen, sich jetzt zu diesem Zeitpunkt freiwillig zu stellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017